Am 15.27 Uhr wurden wir zu einem Verkehrsunfall 2 mit eingeklemmten Personen alarmiert. Die Einsatzstelle sollte sich angeblich auf der L1202, Anschlussstelle Autobahnauffahrt Esslingen, erfolgt sein. Wie sich danach herausstellte, beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges war das in der Auffahrt und stellte sich heraus, dass ein Auto von der Autobahn in die Einfahrt abgeflogen ist. Und sich überschlagen hat. Beim Eintreffen war die Person schon aus dem Fahrzeug gerettet worden von Ersthelfern, die wo angehalten haben auf der Autobahn und die Person dann auch schon versorgt haben. Die waren mit Erste Hilfe involviert, waren also Rettungssanitäter bzw. Helfer. Die hatten dann die Erstforschung schon gemacht, die haben dann unterstützt und haben dann jetzt noch am Fahrzeug die Brandschutz sichergestellt, Batterieabblämmung sichergestellt, Auslauf und Wissigkeiten aufgenommen und unterstützen jetzt das Fahrzeugunternehmen noch bei der Bergung. Feuerwehr Neuhausen war nach ARO mit vier Fahrzeugen und 29 Mann hier vor Ort an der Einsatzstelle. Feuerwehr Neuhausen Feuerwehr Neuhausen Feuerwehr Neuhausen